Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir sind wieder zurückgereist nach Frutga, beziehungsweise da waren wir die ganze Zeit, aber hier zur Hauptstadt nach Orsinium und wir haben jetzt die nächste Quest im Hintergrund und irgendeiner hat jetzt gerade mein Bild komplett zerstört. Was ist im Gasthaus geschehen? Sie haben sich entschieden, einige unserer Gäste festzuhalten, einschließlich unserer Freunde. In der Tat tauchte diese kleine Waldelfin erst kurz vor den Soldaten auf. Aber es muss doch einen Weg hineingeben. Die Soldaten haben Wachen an allen Ausgängen abgestellt, selbst an der Hintertüre. Verdammt, wenn ich doch nur wüsste, wie sie von der erfahren haben. Die Soldaten wollten niemand hineinlassen, bis die Arbeit des Königs nicht getan ist, was auch immer das sein soll. Sollen dem ganzen Pack doch die Stiefel versteifen. Ich werde einen Weg hineinfinden. Ich hätte wissen sollen, dass es sich noch rächen würde, wenn wir Leute in unserem Gasthaus verstecken. Aber das ist lächerlich. Sie schickten einen ganzen Trupp Soldaten, um ein Gasthaus abzuregeln. Man könnte meinen, wir wären die verdammten Winterkinder oder so. Wenn ihr euer Gasthaus zurückhaben wollt, brauche ich eure Hilfe. Habt ihr und eure Freunde uns nicht schon genug Ärger gemacht? Nun gut, wenn ihr mir mein Gasthaus zurückholt, dann vergesse ich, was sonst noch passiert ist. Also, die kann ich helfen. Habt ihr euren Schlüssel zum Gasthaus bei euch? Damit könnte ich mich ins Gasthaus schleichen. Das war das Erste, was sie konfisziert haben. Es war Feldwebel Wulmon. Ich kenne ihn. Er ist einer unserer Stammgäste. Meist ist er freundlich und er gibt ab und an ein Goldstück als Trinkgeld. Er ist drüben bei der Eckschenke des Königs stationiert, aber er wird den Schlüssel nicht hergeben. Ich könnte ihn von ihm stehlen. Das geht nur euch und ihnen etwas an. Ich will daran nicht beteiligt sein. Ich bin keine Verbrecherin, auch wenn alles danach aussieht. Die Soldate, mit der ihr gesprochen habt, kennt ihr sie? Ich habe sie noch nie zuvor gesehen. Ich habe es mir angewöhnt, alle Wachen und Soldaten kennenzulernen, die ins Gasthaus kommen, um sich zu entspannen. Ihrem Gesichtsausdruck nachzuurteilen, hat sie sich das letzte Mal entspannt. Da hing der König noch an den Rockzüpfeln der Schmiedemutter. Ihr müsst doch etwas über sie wissen. Was? Wollt ihr den Hof machen oder so? Wenn ihr so bezaubert von Hauptmann, wie hieß sie noch gleich, seid, dann darf ich euch verraten, dass ein Soldat meinte, sie würde auf dem Wall bei den Stallungen sein. Hört jedoch auf meine Worte. Sie ist ein kalter Fisch. Vielleicht solltet ihr lieber in einem anderen Teich angeln. Angeln werde ich mir erst einmal... Untersucht das Arenal, in dem sich die Wachen treffen. Steht ein Schlüssel. Werde ich mir erst einmal den Schlüssel von dem Typen... Jetzt ist die Frage... Steht ein Schlüssel, ist in der Richtung... Wenn ich den Typ... Ah, der. Okay. Kann ich mit ihm reden? Nee, kann ich nicht. Und ich habe keine hundertprozentige Chance zu stehlen. Na super. 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 Anschauen ist erlaubt, aber anfassen nicht, Diebeln. Ja, es war so klar. Es war so klar. Ich glaube, da hinten kam jetzt gerade eine Wache. Ich muss mich nochmal eben zurücksetzen, sodass ich kein Kopfgeld mehr habe und dann werde ich es nochmal versuchen. So, ich bin wieder zurück in der Stadt und ich habe kein Kopfgeld mehr. Das habe ich mal eben in der Goldküste abgerechnet. Das Problem ist halt nur, wie soll ich das machen, wenn ich da nicht genügend Punkte zu habe. Ich schaue auch nochmal eben nach. Da habe ich natürlich gar keine Punkte drin. Nee, da habe ich gar keine Punkte drin. Ich habe weder Ausrüstung zum Stehlen, noch habe ich... Da ist direkt die Wache. Ich habe weder Ausrüstung zum Stehlen, also dass es mir das einfacher macht. Noch habe ich die Möglichkeit... Da geht hier hoch. Noch habe ich die Möglichkeit, noch Punkte reinzumachen, weil wir halt noch nicht die Diebesgilde gemacht haben. Mehr als 60% Chance bekomme ich bei ihm nicht. Das ist halt das Problem. Na komm schon. Geh mal wieder auf 60. Meint ihr, ihr könnt mir die Tasche ausräumen? Alter, ist es wirklich so schwer ernsthaft jetzt. Das kann doch nicht sein. Das muss man doch machen können, ohne dass man den Top ausgerüstet... Nein, jetzt ist der nicht ernsthaft wieder unten, oder? Jetzt ist der nicht ernsthaft wieder da unten. Da kann ich jetzt aber nicht runter, weil da die Wachen sind. Und der bewegt sich jetzt nicht, oder was? Doch, jetzt kommt er nach oben. Ich kann den da jetzt auch nicht irgendwie umhauen, oder so. Der Glaube züchtet Fanatiker. Das ist unvermeidbar. Was? Ist das die hier oben gewesen, oder was? Wenn er mich nicht sieht. Wenn er nicht sieht, dass ich hier bin. Basti, geh mal weg da. So sieht er dich. Kommt gar nicht hoch, oder? Hallo? Dein Ernst jetzt? Wo ist der jetzt hin? Och, der ist immer noch da unten. Mach schon. So, ich verstecke mich jetzt hier hinten. Da kann er mich nicht sehen. So. Jetzt bewegt er sich wieder nicht, oder? Weil ich hier hinten versteckt bin. Wie dämlich ist das bitte gemacht? Nee, jetzt steht er wieder da vorne. Alter, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Was ist mit dem Spiel heute los? Jetzt geht er wieder weiter. Und sobald ich mich zwei Meter nach rechts bewege, ist er dann wieder weg, oder was? Ey. Also, ich habe mit dem Ganzen nichts zu tun. Ich gucke mir das hier alles nur so ein bisschen an. So. Jetzt kommen wir auf jeden Fall endlich mal hoch. Das Problem ist halt, ich würde ihn ja... Ich würde ihn einfach angreifen und töten, wenn ich es könnte, ne? Aber das kann ich ja leider nicht. La 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 la. Du siehst mich nicht. Du kennst mich nicht. Es ist nicht dein... Ah, doch. Ach, jetzt habe ich nur... Verdammt. Ich muss es hier irgendwo fallen gelassen haben. Ja, der ist bestimmt hier irgendwo durch die Ritze durch. Genau. So, sehr schön. Beim dritten Versuch haben wir es dann endlich geschafft. Bei einer 60-prozentigen Chance. Das Problem ist jetzt nur, dass wir jetzt hier überall die Wachen haben und nicht mal eben so rein können. Hier ist die Usinium-Wache. Die würde mich nämlich sofort aufgreifen. Das heißt, ich werde mich dann... Oh. Die sind... Aber eigentlich sind die nicht rot, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, weil sonst müssten die mich eigentlich hier oben sehen. Ähm... Gilt das als gestohlen? Questgegenstände? Nö, gilt nicht als gestohlen, ne? Allerdings habe ich Kopfgeld. Also es kann sein, dass die mich aufhalten. Ich laufe jetzt mal einfach... Jaja, die halten mich auf. Dass ich zurück auf Streife muss. Vielleicht später? Äh... Bitte... Was? Äh. Ähm... Ich laufe übrigens in die falsche Richtung. Da komme ich gar nicht rein, fällt mir gerade auf. Aber unser Kopfgeld ist auf jeden Fall jetzt schon mal weg. Und beim letzten Mal bin ich nur extra zur Goldküste rüber, weil ich hatte noch ein paar gestohlene Sachen im Inventar. Da das jetzt aber eine Questsache ist, haben wir zumindest schon mal den Vorteil, dass die nicht wieder weggenommen werden kann. So. Trefft euch mit den... Achso, unten. Zack. So, den Käse klaue ich mir jetzt. Da Basti mich sowieso schon nicht mehr mag. Äh... Frage ist nur, müssen wir jetzt höher gehen oder... Verbündete... Darunter wieder, genau. Durch das Loch in der Wand. Und... Irgendwie laufe ich heute komisch. Da sind sie. Ne, da sind sie nicht. Oh. Oha, was passiert? Was ist dir vorgefallen? Wo sind die anderen? Wo sind Eveli und Häuptling Basrak? Sie wurden völlig überrumpelt. Die Soldaten schnappten sich sowohl den Org-Häuptling als auch die Elfen. Brachten sie weg. Auf Befehl des Königs. Ich schätze, ich war ihnen nur im Weg. Haltet durch, Ovein. Zu spät. Äh... Auf Befehl des Königs. Da müssen wir nachgehen. Dem müssen wir nachgehen. Ach, was auch immer. Ich bin jetzt gerade aufgeregt. Wir müssen Eveli retten. Äh... Ich sehe kein... Doch, Moment. Hinten rechts soll ich hin? Uh, ich wusste, das war ein bisschen hoch. Äh... Da komme ich auf dem Weg jetzt wieder rein. Ich werde es mir nie merken irgendwie mit dieser Stadt. Ich weiß auch nicht. Ah ja, zum Palast wollen die. Sag das doch einfach. Da hätte ich ja gewusst, wie ich rum muss. Ähm... Ne, halt. Hä? Höher. Hallo? Muss ich hin? Da. Da. Ich muss mit euch über etwas Wichtiges sprechen. Hm, das klingt ernst. Aber jetzt ist ein Anlass zum Feiern. Das nächste Zeitalter der Orsima beginnt heute. Warum habt ihr Soldaten zum Gasthaus geschickt? Ihr wagt es, mein Handeln in Frage zu stellen? Wollt ihr behaupten, ich hätte nicht das Wohl meines Volkes im Sinn? Wenn ihr es unbedingt wissen müsst. Wir haben erfahren, wo sich die Verräter aufhalten. Ich habe meine Soldaten losgeschickt, um sie zum Verhör zu holen. Wusstet ihr, dass eure Soldaten von den Wosch-Rak unterwandert worden sind? Boss, wie könnt ihr es wagen, derart falsche Anschuldigungen zu verbreiten? Hat Basrak euren Kopf mit noch mehr Lügen von Malakad gefüllt? Ich will so etwas nicht hören. Nicht auf der Schwelle zu meinem größten Sieg. Wo sind Häuptling Basrak und Evely? Noch mehr Fragen. Ihr stellt meine Geduld wirklich auf die Probe. Aber lasst uns nicht vor den Clans-Häuptlingen über solche Dinge sprechen. Trefft mich unten im Speisesaal. Dort können wir unser Gespräch unter vier Augen fortsetzen. Ja, und dann will er mich da aber fallen, oder was? Nehme ich mal an. Ah, Speisesaal. Der ist irgendwo hier. Ich kann eure Schritte hören, Fremde. Kommt, wir müssen reden. Aha, Fremde. Ihr überrascht mich immer wieder. Ich nehme an, eure jüngsten Abenteuer waren ein wenig strapaziös. Natürlich bekommt man in der Regel immer Ärger, wenn man seine Hauer irgendwo hinsteckt, wo sie nicht hingehören, nicht wahr? Wovon sprecht ihr? So stolz, so selbstsicher, so überzeugt davon, dass ihr das Richtige tut. Doch ihr widersetzt euch dem Willen Trinimax und versucht, das Unausweichliche aufzuhalten, indem ihr meinen Sohn warnt. Kurz gesagt, ihr werdet mir langsam lästig. Aber ich muss Kurok wegen der Voschrak warnen. Die Voschrak tun genau das, was man ihnen aufgetragen hat. Sie werden alle Hindernisse beseitigen, die meinen Sohn bedrohen. Es wird Zeit, die Clans Häuptlinge aus dem Weg zu schaffen, damit die Vereinigung der Orzima beginnen kann. Es geht um unser Überleben. Das könnt ihr doch sicher verstehen, oder? Ihr steckt hinter alledem? Wenn Kurok davon erfährt. Nein, wir sind hier fertig. Ihr denkt, ihr würdet so viel wissen. Dabei greift ihr nur nach Strohhalmen. Der Plan läuft weiter und ihr könnt das nicht verhindern. Die Orzima werden sich als Einheit unter dem Banner von König Kurok scharen. Ich habe es vorhergesehen. Verbreitet die Kunde, dass die Fremde vor uns unsere große Stadt verraten hat. Für eure Taten verdamme ich euch und eure Verbündeten zum Tode. Ein Urteil, das ihr mit eurer eigenen Hand vollstrecken werdet. Möge Trinimak eure Klinge führen. Hallo? Tut mir leid, dass es so weit kommen musste. Doch ich handle nur zum Wohl der Orzima. Wollt ihr mich verarschen? Hallo? Was ist geschehen? Ich gebe zu, ich habe euch nie vertraut. Doch ihr habt unserem Volk geholfen. Ihr habt Besseres verdient, als ein Opfer der Schmiedemutter zu werden. Ich habe euch hier nach hinten geschleift, bevor die Voschra kamen und euch geheilt, so gut ich nur konnte. Jetzt verschwindet von hier, bevor euch die Soldaten finden. Ich kann nicht einfach verschwinden. Nicht solange es noch Dinge gibt, die getan werden müssen. Mein geliebter tut, was er tun muss, um unser Volk zu einen. Ihr wisst, dass das wahr ist. Ihr habt es gesehen. Die Clans-Häuptlinge weigern sich ihm zuzuhören. Wenn Kurok scheitert, werden die Orks nie mehr als die misshandelten und elenden Kreaturen sein, für die uns die anderen Völker halten. Es muss einen anderen Weg geben. Die Häuptlinge sind schon auf dem Weg zur Volksversammlung und die Voschrak bewachen die Feste. Wenn ihr überleben wollt, dann müsst ihr jetzt gehen. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Aber falls ihr euch entscheidet, dem König nachzusetzen? Nun, ich habe geschworen, meinen Geliebten zu beschützen. Ich werde nicht ohne Häuptling Basrak und Eveli gehen. Ich habe mir schon gedacht, dass ihr das sagen würdet. Nehmt das hier. Es wird die Zellen des Kerkers unter der Feste öffnen. Bringt einfach eure Freunde weit weg von diesem Ort und lasst meinen Geliebten seine Mission zum Aufschwung unseres Volkes zu Ende bringen. Bevor ich gehe, möchte ich euch etwas fragen. Mein Geliebter glaubt, dass dies der einzige Weg ist, seinen Traum wahr werden zu lassen. Als sein Schildweib unterstütze ich ihn, so wie ich es immer getan habe. War das die ganze Zeit schon Kuroks Plan? Nein. Er hatte gehofft, dass die Häuptlinge anfangen würden, an seine Vision zu glauben. Dass sie die Zukunft so sehen würden, wie er es tut. Er wollte nie, dass es so weit kommt. Doch ein König muss immer das tun, was für sein Volk am besten ist. Wird die Ermordung der Häuptlinge die Clans denn nicht gegen Kurok wenden? Warum sollte dem so sein? Sie werden einen König sehen, der gegen die fanatischen Voschrak gekämpft und verzweifelt versucht hat, die Häuptlinge gegen eine große Übermacht zu verteidigen. Wenn sich der Staub legt, werden sie ihn lieben und vereint unter seinem Banner stehen, damit die ganze Welt es sehen kann. Warum hassen Algar und Kurok Basrak so sehr? Mein Geliebter hasst Basrak nicht. Sie waren einst Freunde, fast wie Brüder. Wenn überhaupt, dann ist er vom Häuptling enttäuscht. Aber Basrak fordert den König heraus. Er muss vom Schlachtfeld entfernt werden, bevor er die Chance hat, unsere Pläne zu durchkreuzen. Deshalb habt ihr Basrak die Schuld für den Angriff auf den Tempel zugeschoben? Es hat geklappt, nicht wahr? Die Häuptlinge sind für die Volksversammlung zusammengekommen und alles verläuft wie geplant. Solange ihr Basrak mitnehmt, wenn ihr geht, gibt es keinen Grund für weiteres Blutvergießen. Er hat seinen Zweck erfüllt, genau wie ihr. Warum macht ihr bei all dem überhaupt mit? Kurok ist mein Geliebter und ich habe geschworen, ihn zu unterstützen und zu beschützen. Außerdem glaube ich an den Traum des Königs. Ich glaube an eine geeinte Nation der Orzima. Das ist der beste Weg, um unseren Platz als Gleichgestellte unter den anderen Völkern einnehmen zu können. Selbst wenn das bedeutet, Unschuldige zu töten? Oh, die Clans-Häuptlinge sind alles andere als unschuldig und ihr Tod wird einem höheren Ziel dienen. Sie stellen ein würdiges Opfer dar. Und jetzt nehmt eure Freunde und geht. Das ist nicht mehr euer Belang. Lasst meinen Geliebten zu Ende bringen, was er angefangen hat. Bitte. Wie komme ich jetzt hier raus? Das ist wieder alles gestohlen. Das nehmen wir also nicht mit. Okay. Wir müssen uns auf Gegenwehr einstellen. Jetzt bin ich doch, jetzt bin ich doch richtig. Ne, hä? Hä, der sollte eigentlich hier sein? Was ist das denn jetzt? Tiefer. Ach, hier unten drunter, oder wie? Wie komme ich da hin? Dadurch. Okay. Ähm, okay. Wir müssen wirklich aufhören, uns so zu treffen. Vielleicht lasst ihr euch das nächste Mal von mir retten. Was sagt ihr dazu? Ich frage mich, was in Malakats Namen Kurok vorhat. Das ist sogar für seine Verhältnisse ziemlich dreist. Kurok arbeitet mit den Voschrak zusammen. Ihr nehmt mich besser nicht auf die Hauer, Fremde. Ich kenne Kurok schon sehr lange. Bei gewissen Dingen mögen wir geteilter Meinung sein. Aber ihm lag das Wohl unseres Volkes immer am Herzen. Das ergibt keinen Sinn. Er benutzt die Volksversammlung als eine Falle. Er wird alle Häuptlinge ausschalten, die sich ihm widersetzen. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Gebt mir den Schlüssel und geht zum Thronsaal. Es gibt dort einen Gang, der euch direkt zur Volksversammlung führen wird. Ich werde Eveli in Sicherheit bringen und ein wenig zusätzliche Hilfe auftreiben. Zusätzliche Hilfe? Es gibt immer noch einige Leute hier in der Stadt, auf die ich zählen kann. Tut jetzt, was auch immer nötig ist, um die Volksversammlung zu erreichen. Falls ihr auf Probleme stoßt, dann sucht mich draußen vor der Feste auf und wir überlegen uns gemeinsam etwas. Okay, kommt der denn hier raus? Ich habe ihm gar keinen Schlüssel gegeben und nix. Thronsaal? Ein hässlicher Humpen? Wieso habe ich jetzt hier eine neue Quest angezeigt bekommen, hier unten? Entschuldige Gänse, ich muss hier mal eben durch. Ne, findet Funken. Findet den Weg zum Thronsaal. Höher. Och, jetzt nervt mich doch mal hier gerade nicht. Entschuldige Dich! Kann ja gar nicht gerade auslaufen, so. Oh, die laufen noch falsch und das war ja so klar. So. Ich bin ja auch doof, ich weiß doch, wie man hier reinkommt. Dann könnt ihr jetzt rausgehen. Hallo. Heute noch? Ich bin gerade aggro, wo muss ich hin? Zum Thron. Geliebte Schildweiber, verschließt die Wege zur Volksversammlung. Wir werden in Kürze anfangen und ich möchte nicht, dass wir gestört werden. Sobald ich das Tor vom Thronsaal aus entriegle, brauche ich euch, meine Geliebten und treuergebenden Schildweiber. Ihr müsst Wache stehen und euch um jeden kümmern, der es wagt, mich herauszufordern. Seid besonders auf der Hut vor diesem abtrünnigen Element, das uns verraten hat. Kümmert euch darum und geht dann zu den Soldaten, die ich bereits ausgesandt habe, damit sie sich um Hohepriesterin Solgra kümmern und den einzigen verbliebenen Zugang zur Volksversammlung schließen. Sobald sie als Anführerin der Woschrag enttarnt ist, muss es schnell gehen. Bald schon werden die Orzima unter einem gemeinsamen Banner stehen, dem Banner von König Kurok und der Nation der Orzima. Dann werden wir den anderen Nationen nicht nur ebenbürtig. Wir werden ihnen überlegen. Vergisst nie diesen Tag, meine Geliebten, denn heute werden wir Geschichte schreiben. Euer König. Okay, ich nehme mal an, wir müssen jetzt den Typen vorsprechen mit Häuptlingen. Ja, ja, Basra, genau. Höher? Äh, wieso höher? Ich dachte, wir sollen... Jetzt ist es wieder tiefer. Ja, meine ich doch. Geht mir doch einfach mal aus dem Weg hier. Bleibt doch einfach liegen, wenn ihr tot seid. So, wo ist er? Oben, unten? Ne, oben. Habe ich mir doch irgendwie gedacht. Wo ist denn jetzt hier die Nachhut? Ich hatte da so ein Gefühl, dass ich euch hier finde. Kurok hat den Weg zur Volksversammlung abgeriegelt, oder? Verdammt! Die meisten meiner Kontakte sind untergetaucht. Und seit ich euch vom Boden der Feste abgekratzt habe, sind wir noch keinen Schritt näher an einer Rettung der Häuptlinge. Ich habe diese Notiz im Thronsaal gefunden. Zeigt mir das mal her. Man kommt durch den Tempel zur Volksversammlung? Ich hatte keine Ahnung, dass es diesen Gang gibt. Doch dann schickten sie Solgra Soldaten hinterher. Das ist schlecht. Wir brauchen einen neuen Plan, und zwar sofort. Irgendwelche Vorschläge? Ihr müsst weiter zum Tempel und nach der Hohepriesterin schauen. Eveli und ich haben noch einen anderen Ort, an dem wir nach Hilfe suchen können. Wenn wir Erfolg haben, wird der Weg zur Volksversammlung vielleicht etwas weniger kompliziert. Seid aber auf der Hut. Die Soldaten und Wachen suchen immer noch nach euch beiden. Das ist mir sehr wohl bewusst. Ich zähle darauf, dass der Beginn der Volksversammlung sie ablenken wird. Aber wir werden keine unnötigen Risiken eingehen. Solgra muss am Leben bleiben, um ihre Version der Geschichte zu erzählen. Danach können wir zur Volksversammlung vordringen und die Häuptlinge retten. Dann werde ich versuchen, mich zu sputen. Ihr habt bereits mehr für mich und mein Volk getan, als ich je hätte erwarten können. Ich weiß, das zu schätzen. Es beweist, dass ihr Ehre habt. Nun geht zum Tempel und vergewissert euch, dass es der Hohepriesterin gut geht. Wir brauchen sie lebendig. So, und wir haben einen passgenauen, schweren Gürtel erhalten. Der Tempel wird binnen dreier Monde zweimal von Waffen schwingenden Fanatikern belagert. Das ist doch verrückt. Kurok hat diese Lawine ausgelöst. Jetzt müssen wir versuchen, sie irgendwie aufzuhalten. Ich werde tun, was ich kann. Ich weiß, dass ihr das tun werdet. Ich habe euch bei der Arbeit gesehen. Ich habe das Gefühl, dass das Schicksal von Vrodga davon abhängt, was wir als nächstes tun. Unsere Taten, ob wir nun erfolgreich sind oder nicht, bestimmen über die Zukunft von Orsinium und des orkischen Volkes. Glaubt ihr wirklich, dass alles darauf hinauslaufen wird? Wie könnte es das nicht? Der Tempel, die Volksversammlung, das sind die Feuer, die unsere Härte auf die Probe stellen werden. Entweder wir gehen stärker daraus hervor oder die Flammen verschlingen uns. Geht jetzt und helft Solgra. Ich werde zum Tempel gehen und der Hohepriesterin helfen. Ja, aber... Ich denke, dass das doch eine Weile dauern wird. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.